Die Dschungelkamp Bald getunt rau TX 27 Semikolonis in den Busch, alle Fakten zum Dschungelkamp Das Dschungelkamp geht in die 12. Runde und das können die Zuschauer erwarten. 2018 wagen sich wieder mutige Promis in den australischen Busch. Unter Dauerbeobachtung müssen sie sich den Herausforderungen der Wildnis und ihren prominenten Mitbewohnern stellen. Promiflas präsentiert euch jetzt schon einmal alle wichtigen Kämpffakten von Terminen, Kandidaten und Regeln bis hin zur Verpflegung und Krebs. .